Hallo und willkommen zu Projekte leicht gemacht. Sie wollen endlich mal einen ganzen Vormittag fokussiert und effizient an einer Sache arbeiten? Und das am besten ohne schon zwei Stunden später kraftlos und unmotiviert in sich zusammenzusacken? Dann probieren Sie mal Pomodoro, die 25-5-Methode. Pomodoro, das ist eine Produktivitäts- oder auch Zeitmanagementmethode, die wir selbst auch gern anwenden. Und zwar immer dann, wenn es mal so richtig darauf ankommt, sich zu konzentrieren auf eine Aufgabe. Bleiben Sie dran, gleich geht's los. Kennen Sie das auch? Sie müssten eigentlich fokussiert an einer Sache durcharbeiten, aber irgendwie klappt das nicht so richtig. Ständig kommt was dazwischen. Sie lassen sich von E-Mails ablenken, zwischendurch fallen Ihnen andere dringende Dinge ein. Und die kann man ja mal schnell einschieben, oder? Nee, so wird das nichts. Das sogenannte Multitasking, das ist ein Mythos, das funktioniert nicht. Aber gut, vielleicht sind Sie ja ein disziplinierter Mensch. Da schalten Sie dann das Telefon aus, schließen das E-Mail-Programm, schotten sich ab. Alles dicht. Und Sie graben sich so richtig ein in das Thema. Volle Konzentration. Schon besser. Aber raten Sie mal, was den meisten von uns dann nach einer, spätestens zwei Stunden passiert? Na ganz einfach. Die Luft ist raus. Wenn Sie Glück haben, dann merken Sie das. Machen mal eine lange Pause. Aber so manch einer, der ist so konzentriert, der macht einfach weiter und merkt's nicht. Arbeitet ineffizient weiter, wird immer langsamer, macht immer mehr Fehler. Das ist Zeitverschwendung. Und am Ende des Tages ist man außerdem total K.O. Also nicht nur Zeitverschwendung, sondern auch Energieverschwendung. Und genau da kann jetzt eine Methode helfen, die Pausen regelrecht erzwingt. Und das rechtzeitig. Eine solche Methode ist die 25-5-Methode von Francesco Cirillo. Oder unter dem kommerziellen Namen als Pomodoro-Methode bekannt. Den Link zur offiziellen Seite, den gibt's unter dem Video. Gut, warum heißt das Pomodoro? Das ist ganz einfach. Der Erfinder, der hat die Zeiten mit einer Küche nur aus Plastik gestoppt. Und die hatte die Form einer Tomate. Und deswegen hat er die Methode dann Pomodoro, italienisch für Tomate, benannt. Okay. Aber jetzt ganz einfach. Wie funktioniert die Methode? Die Arbeitszeit wird ganz streng in Zeitabschnitte unterteilt. 25 Minuten hochkonzentrierte Arbeit. Dann 5 Minuten Pause. Danach wieder 25 Minuten volle Konzentration. 5 Minuten Pause. Und so weiter. Jeder Abschnitt aus 25 Minuten Arbeit und 5 Minuten Pause nennt sich dann ein Pomodoro. Nach 4 Pomodoros, also 2 Stunden, folgt eine längere Pause von 15 bis 20 Minuten. Im Grunde ein ganz einfaches Prinzip. Die Methode hilft dabei, sich auf eine Aufgabe zu konzentrieren, intensiver und genauer zu arbeiten, Ablenkungen auszuschalten, regelmäßige Pausen zu machen und auch Zeitfenster viel besser auszunutzen. Tasks abzuschließen, statt sie einfach nur zu beginnen. Aber jetzt mal ein wenig zur Praxis. Wenn Sie also morgens vor dem Schreibtisch sitzen, sagen wir mal, Sie haben sich schon für eine oder mehrere Aufgaben entschieden. Wie gehen Sie das dann an? Nun, es gibt drei wichtige Schritte im Pomodoro. Dinge, die Sie beachten müssen. Erstens. Aufgaben definieren. Notieren Sie, was Sie schaffen wollen auf einem Blatt Papier. Schätzen Sie dann die Anzahl Pomodoros, die Sie für diese jeweilige Aufgabe benötigen werden. Das braucht ein bisschen Übung, ist klar. Aber das lernen Sie schon. Ist im Grunde nichts anderes als eine Aufwandsschätzung. Und damit kommen wir schon zum zweiten Punkt. Pomodoros abarbeiten. Dazu brauchen Sie jetzt eine Stoppuhr oder einen Timer. Und natürlich einen Stift zum Abhaken der Pomodoros. Dann geht's los. 25 Minuten konzentrierte Arbeit nur an dem einen Thema und zwar wirklich nur daran. Keine Ausnahme. Wichtig. Und dann nach 25 Minuten, 5 Minuten Pause. Wieder wichtig. Kommen Ihnen die 25 Minuten zu kurz vor. Egal. Seien Sie streng mit sich. Disziplin ist bei Pomodoro alles. Sonst brauchen Sie gar nicht erst anzufangen. Apropos Disziplin. Damit sind wir beim dritten Punkt. Mit Ablenkungen umgehen. Skype, E-Mail, Handy. Alles ausschalten. Machen Sie die Bürotür zu. Sie arbeiten in einem offenen Büro. Schallschluckende Kopfhörer auf. Hängen Sie sich ein Schild auf den Rücken. Nicht stören. Vorsicht Pomodoro. Kann da zum Beispiel draufstehen. Oder Schlimmeres. Drohungen. Alles, was bei Ihnen im Betrieb hilft. Aber dann, dann gibt's natürlich noch die Ablenkungen, die von innen aus Ihnen herauskommen. Plötzlich, mitten in den 25 Minuten, schießt es Ihnen in den Kopf. Da war doch noch die Anfrage von Herrn Müller von der Patentabteilung. Oder wie Sie gerade auf Ihr Excel-Blatt schauen, da kommt Ihnen plötzlich eine kreative Idee zu einem ganz anderen Projekt. Wenn Sie da jetzt länger als zwei Sekunden drüber nachdenken, dann haben Sie Ihr Pomodoro ruiniert. Und das darf nicht passieren. Was also tun? Ganz einfach. Den Gedanken, den Geistesblitz, was auch immer da kommt, einfach aufschreiben. Drei, vier Stichworte, mehr nicht. Dann das Blatt zur Seite und weiter in Ihrem Pomodoro. So geht kein Gedanke verloren, aber er stört auch nicht bei der Fokusarbeit. So, und jetzt wird der eine oder andere vermutlich etwas skeptisch. Der eine sagt vielleicht, das schaffe ich nicht, den ganzen Tag oder nicht mal den ganzen Vormittag schaffe ich das, als ungestört zu blocken. Ich habe Kunden, die wollen schnelle Antworten. Die andere sagt, ich habe ein Team, für die muss ich doch da sein, da muss ich erreichbar sein. Und dann die ganzen Meetings und mein Chef will auch ständig irgendwas. Ja klar, das kennen wir alle. Da kann ich nur sagen, keine Angst, kaum jemand packt sich den ganzen Tag voll mit Pomodoros. Das geht nicht. Da geht es nicht um ganz oder gar nicht. Kein Mensch muss und kann seine gesamte Arbeit so durchtakten. Aber irgendwann am Tag mal zwei Stunden? Super, das sind schon vier Pomodoros. Probieren Sie es mal aus. Sie werden sich wundern, was Sie in vier Pomodoros alles schaffen können. So, das war der erste Teil zum Thema Pomodoro. Im Grunde genommen ganz einfach. Im zweiten Teil geht es dann mal um die Praxis und typische Fragen, die wir dazu immer wieder hören. Unter dem Video gibt es außerdem weitere Links. Einmal zu den zwei Artikeln zu Pomodoro und außerdem zu unseren Online-Kursen im Projektmanagement. Da lernen Sie dann nochmal eine ganze Menge weiterer Methoden kennen und was Sie sonst noch so in Projekten gebrauchen können. Und ganz zum Schluss wie immer, hat Ihnen das Video gefallen? Dann geben Sie uns einen Daumen hoch. Abonnieren Sie unseren Kanal. Wir sehen uns wieder. Bleiben Sie dran!